Guten Morgen, mein Name ist Eva, ich komme aus der Schweiz, eigentlich vom Tessin, also normalerweise spreche ich Italienisch. Ich bin durch ein Star Team, durch Kollegen beweist worden, bin eigentlich gestern operiert worden, ist alles sehr, sehr gut gegangen und heute kann ich schon alles sehen. Ich brauche keine Brillen mehr, ich bin sehr zufrieden, der ganze Ablauf ist sehr, sehr gut gegangen, die sind sehr nette Leute, sehr professionell und ich bin abgeholt worden von dem Hotel, von dem Flughafen, im Hotel gebracht und dann immer begleitet und den ganzen OP. Und ich würde noch einmal machen, ist ganz, ganz einfach und ich empfehle allen Leuten, die Sichtprobleme, Fernsehprobleme haben, zu einem Star zu kommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017